Ich kann einfach nicht mehr. Manchmal rede ich zu viel. Manchmal sage ich gar nichts. Manchmal liebe ich und manchmal hasse ich mich. Ich denke zu viel nach und habe dennoch keine Worte für das, was in meinem Kopf vor sich geht. Manchmal möchte ich ganz viel Aufmerksamkeit und manchmal will ich einfach nur allein sein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Dunkelheit in mir wird schwerer und ich finde keinen Weg, sie zu vertreiben. Es ist, als würde ein ungreifbares Gewicht auf meiner Seele lasten. Und ich weiß nicht, wie ich es loswerden kann. Die Welt kann so erdrückend sein und manchmal fühle ich mich verloren in ihr. Ich wünschte, es gäbe jemanden, der verstehen könnte, wie ich mich fühle, aber ich finde keine Worte, um es auszudrücken. Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich in einem ständigen Kampf mit mir selbst und ich weiß nicht, wie ich gewinnen kann. Aber ich gebe nicht auf, auch wenn ich nicht genau weiß, wie ich weitermachen soll. Ich hoffe, dass eines Tages das Licht wieder in mein Leben zurückkehrt und ich mein Leben endlich so leben kann, wie ich es will.